Mein Freund, du weißt es am besten. Was haben sie dir nicht alle schon gesagt? Du wärst zu geil, du wärst zu schwach, du wärst zu langsam, du wärst zu fremd. Alles haben sie dir eingeflößt, die Stimmen, aber allen hast du es gezeigt. Und heute werden die Stimmen wieder laut, sie wollen dir wieder Grenzen setzen. Sie sagen, du wärst zu alt. Der Kampf geht weiter, mein Freund. Ja, du bist alt, aber Grenzen existieren nicht. Grenzen existieren nur im Kopf. Du hast das Herz eines Löwen und niemand besser als du weißt, was jetzt zu tun ist. Tu es! Aus Donnsdorf, Baden-Württemberg, der BBA-Weltmeister im Cruisergewicht, der herausforderer, der Challenger Vierath, Astrid! Deutschland! Vorken! 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 Vielen Dank.